Die Feuerwehr in der Verwandtsgemeinde Speicher wurden heute alarmiert zum Gebäudebrand hier im Speicher an der Lindenstraße. Beim Eintreffen der ersten Kräfte haben wir einen Zimmerbrand im Oberbeschoss eines Einfamilienhauses vorgefunden. Heute war das Zimmer im Vollbrand. Wir haben mit zwei Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung vorgenommen. Das angebaute Nachbargebäude wurde kontrolliert. Im Gebäude waren zum Zeitpunkt der Eintreffen der Feuerwehrleute keine Personen mehr. Feuer ist jetzt unter Kontrolle bzw. auch abgelöscht. Es gab Verletzte, es gab Bewohner mit Rauchgas-Intox, Bedarf auf Rauchgas-Intox. Ja, Komplikationen keine.